hallo und willkommen bei mir bei bonsai 002 auf dem kanal es wurde zeit für ein neues kanal info video und nun ist es da was ich in erster linie hier mache ist völlig klar spiele spielen eventuell mal das ein oder andere unboxing mit reinbringen sonstige sachen ich kann auf jeden fall nicht versprechen dass es eine regelmäßigkeit an videos aktuell geben wird ich kann nicht versprechen dass es irgendwann mal groß streams oder irgendwas geben wird ich kann einfach sehen dass ich hochladen wenn ich zeit habe dass ich aufnehmen wenn ich zeit habe weil ich nebenbei ganz normal arbeit logischerweise und ja ich will einfach keine großen versprechungen machen an kündigungen das spiel kommt oder das spiel kommt wir schauen einfach mal es wird relativ spontan so wie aktuell jetzt ein bisschen wissen läuft wo ich noch drei folgen auf reserve habe die raushauen werden und mal gucken was danach kommt ob es weitergeht wir lassen uns überraschen mal schauen was die zukunft bringt ich bin auch für wünsche offen einfach jederzeit raushauen dankeschön